Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du hast mir geschrieben, im Europäischen Parlament, darf ich fragen, was genau hast du da gemacht? Da habe ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter eines Abgeordneten hauptsächlich gearbeitet. Ich habe aber vorher auch außerhalb der EU-Institutionen, zum Beispiel für eine Kommunikationsagentur, die verschiedene EU-Projekte betreut hat, gearbeitet. Man kann sagen, ich kenne die EU in und aus. Okay, also du bist richtig international aufgestellt, wie ich höre. Wird dir das dann nicht manchmal ein bisschen eng hier in Berlin? Nein, in Berlin zum Glück nicht. Das war auch, glaube ich, warum die Wahl, als ich Brüssel auf Berlin verlassen habe, viel, weil hier durchaus nicht weniger Internationalität geboten ist. Okay, gut. Gut, ich fange mal mit einem ganz simplen Thema an. Also wir haben jetzt im Juni, haben wir Wahl zum Europäischen Parlament, um das jetzt mal richtig zu sagen. Wenn dich jetzt jemand fragt, warum soll ich da hingehen, was entscheide ich da überhaupt? Vielleicht kannst du das mal so erklären, ohne Politik spreche, dass es jeder versteht und jede. Also was wir wissen sollten über die Europäische Union, dass heutzutage sehr viele Gesetze, auch sehr viele Gesetze, die dann im Endeffekt pro forma der Bundestag beschließt, ihren Ursprung in Brüssel haben. Also schätzungsweise, man spricht so von um die 70 Prozent der Legislation, also legislativen Verfahren. Man kann sich natürlich streiten, wie man da rechnet. Es ist natürlich nicht das meiste Geld, was zum Beispiel der Bundesregierung verteilt wird. Nicht in Brüssel entschieden, wie das verteilt wird. Aber Fakt ist, sehr vieles, also auch was wir jetzt neulich die große Diskussion um zum Beispiel das Gebäude, Energieeffizienz, die Gesetzgebung hier in Deutschland hatten. Das hat auch eine Grundlage in europäischer Verordnungen. Und deswegen sehr, sehr vieles, was uns betrifft, sehr wichtige Entscheidungen. Wir können uns jetzt zum Beispiel als Beispiel Landwirtschaft nehmen. Da hatten wir ja neulich in Berlin die Demos, aber nicht nur in Berlin. Glyphosat, Stichwort. Auch Glyphosat ist ein gutes Stichwort. Aber genau, wenn wir sehen, es wurde ja nicht nur in Berlin mit Treckern demonstriert, sondern es wird heute von Barcelona über Paris und Brüssel bis nach Warschau überall. Und die Landwirtschaftspolitik wird eigentlich fast komplett auf EU-Ebene gemacht. Aber dann ist es ja auch verwunderlich, dass die Landwirte und Landwirtinnen, dass die dann hier in Deutschland, also warum fahren die dann nicht alle vor das Europaparlament? Tun sie ja auch und das tun sie nicht nur heute. Da gibt es eine große Tradition von Bauern-Demos in Brüssel. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, so wie die EU aufgebaut ist, ist es ja nicht nur, dass die Kommission in Brüssel oder das Europäische Parlament in Brüssel und Straßburg die Entscheidungen trifft, sondern eben die nationalen Regierungen reden über den Rat der EU auf gleicher Augenhöhe mit dem Europäischen Parlament mit und beeinflussen eben auch alle Entscheidungen. Okay, also wenn das jetzt jemand fragen würde, das heißt, wie in Brüssel entschieden wird, ist nicht bindend für die Nationalstaaten? Doch, in vielen Fällen ist es bindend. Also es gibt zweierlei, im Grunde ganz einfach gesprochen, zweierlei Gesetzgebungsarten auf europäischer Ebene. Die einen sind die Direktiven, die müssen dann erstmal in nationales Recht umgesetzt werden. Aber es gibt auch eben Verordnungen, die dann sofort bindend sind in der gesamten EU. Also da hat dann der Bundestag höchstens noch ein paar Umsetzungsregeln vielleicht anzupassen. Okay, und wie ist das, wenn wir mal bei dem Beispiel Bauern bleiben? Also es lohnt sich für die schon, auch in den Nationalstaaten zu demonstrieren, weil es gibt auch Gesetze, die dann eben national beschlossen werden können oder auch nicht. Ist das so? Das ist halt die Schwierigkeit. Die Frage ist genau, was kann die Bundesregierung jetzt zum Beispiel für die deutschen Landwirte tun, die hier demonstrieren. Da gibt es ja auch gute Ideen, zum Beispiel diese Tierwohlabgabe. auf Fleischprodukte, aber da ist eben genau die Herausforderung, wie kann sie das europarechtskonform umsetzen? Weil jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel zu bleiben geht es darum, okay, ich erhebe zum Beispiel an der Supermarktskasse diesen Zusatzpfennig, aber wem kommt das, was wir damit einnehmen, zugute? Darf ich das nur an deutsche Bauern dann verteilen oder müssen das alle, die nach Deutschland Fleisch verkaufen, dann auch bekommen und so weiter und so fort? Das ist gar nicht so einfach und wir können in der zweiten Hälfte auch zum Grundeinkommen ähnliche Probleme aufgreifen. Gut, dann möchte ich nochmal auf Glyphosat kommen, weil das hat gerade hier unser Chef hier von Speiches, wo wir hier senden, gefragt, warum ist das denn? Ich meine, gut, du warst jetzt nicht an der Entscheidung beteiligt, aber vielleicht kannst du dich dazu äußern. Es ist ja jetzt entschieden worden, dass es noch zehn weitere Jahre auf den Feldern ausgebracht werden darf. Wäre es möglich gewesen, dass sich ein Land dagegen gewehrt hätte und gesagt hätte, nein, bei uns wird das nicht mehr gemacht oder wäre das unmöglich? Selbstverständlich ist das möglich. Das Problem war jetzt hier bei dem konkreten Beispiel, wenn ich das alles richtig mitbekommen habe, dass sich nicht genügend Länder im Rat sich gewehrt haben. Und weil es eben im Rat, also bei der Abstimmung der Regierung, eine PAD-Situation gab, durfte die Kommission in Eigenregie quasi dieses Moratorium um weitere zehn Jahre hinausschieben. Und es hat sozusagen kein Vertreter eines Staates gesagt, nein, bei uns nicht und wir wollen das nicht. Das können die nicht. Das ist eben eine Geschichte, die wird halt auf EU-Ebene entschieden. Das gilt dann halt für alle Länder. Gilt für alle, müssen alle durchziehen dann. Okay, gut. Also nicht gut in dem Fall, aber wir haben es verstanden. Gar nicht gut. Nein, okay. Haben wir das verstanden. So, gut. Also das heißt, es werden schon wichtige Entscheidungen getroffen. Das heißt, es lohnt sich also schon zur Wahl zu gehen. Man kann nicht sagen, das interessiert mich nicht, ich bleibe zu Hause, ich gehe da nicht wählen. Das kann man wie bei jeder Wahl sagen, aber ich würde allen sehr stark dazu raten, das nicht so zu entscheiden, sondern tatsächlich zur Wahl zu gehen. Weil, wie gesagt, eben das, was auf Düsseler Ebene, auf EU-Ebene entschieden wird, beeinflusst unser Leben. Um jetzt ein paar Beispiele aus jüngster Vergangenheit, auch positive Beispiele zu nennen. Nenn doch mal ein paar. Zum Beispiel wird gerade, ist noch nicht abgeschlossen, aber es sieht eigentlich ganz gut aus mit Recht auf Reparatur. Das habe ich auch gehört. Dass wir eben weniger auch Geräte immer wieder kaufen müssen, die dann nach zwei, drei Jahren schrottreif sind, nur weil es im Interesse der Hersteller, nicht im Interesse der Hersteller ist, dass die lange halten oder repariert oder günstig repariert werden können. Es gibt vieles, auch im sozialen Bereich, wenn es um Mindestlohn und so weiter gibt, wo die EU dann durchaus den Mitgliedstaaten Vorgaben macht. Das ist vielleicht in einem Land wie Deutschland dann nicht so ganz entscheidend, aber es gibt ja auch andere Länder, wo das noch viel wichtigere Rolle spielt. Und ja, ich denke, wenn EU-Mitgliedstaaten, wenn die Menschen dort aus ihrem Arbeitslohn nicht vernünftig überleben können, nicht in Würde leben können, dann ist es für sie auch sehr einfach, in einem anderen Mitgliedstaat ihr Glück zu versuchen. Deswegen, wenn wir zum Beispiel von inneren Migrationsdruck sprechen, wenn wir hier auch in Deutschland das Problem haben, dass, ja, wir sagen, der Arbeitsmarkt steht da zu stark unter Druck durch Menschen aus anderen Mitgliedstaaten. Das liegt auch dann oft daran, dass da eben der Sozialstaat nicht stark genug ist. Also insofern, das, was in anderen Ländern geschieht, ist auch wichtig für die, die hier leben. Wirkt sich dann direkt auf die Nationalstaaten an. Okay, ich habe mal verstanden. Jetzt frage ich noch mal für die, die jetzt nicht fragen, wie setzt sich so ein Parlament denn zusammen? Vielleicht kannst du das auch noch mal kurz erklären. Ja, sehr gerne. Es sind halt im Europäischen Parlament Vertreter, Vertreterinnen, alle 27 Mitgliedstaaten. Bei der Wahl wird auch nach jedem Land getrennt gewählt. Also es gibt noch keine gemeinsamen Listen. Wir wählen hier in Deutschland die deutschen Abgeordneten. Das sind 96 an der Zahl von 720 werden das jetzt bei der nächsten Wahl sein. Aktuell sind es ein bisschen weniger. Bei der letzten Wahl waren es insgesamt 750 Abgeordnete, aber damals war ja auch noch die Großbritannien mit dabei. Es ist so, die Verteilung der Sitze nach Ländern richtet sich nach dem sogenannten Prinzip der degressiven Proportionalität. Was heißt das? Ja, das wollte ich noch fragen. Klingt sehr kompliziert, aber es besagt einfach nur, ein Land, das mehr Einwohner hat als ein anderes, darf nicht weniger Abgeordnete haben. Es ist nicht ganz proportional, also Malta und Luxemburg haben zum Beispiel sechs Abgeordnete jeweils, Zypern glaube ich auch, und Deutschland als das größte Mitgliedsland, ein monaststärkstes Mitgliedsland hat 96. Man kann sich ausrechnen, dass eine Abgeordnete, ein Abgeordneter aus Malta deutlich weniger Menschen vertritt als jemand aus Deutschland. Das ist aber absichtlich so. Also es wurde gesagt, wenn wir ganz proportional sein wollten, dann müsste Malta, glaube ich, einen Abgeordneten bekommen und Deutschland 133. Darf ich kurz fragen, Malta, wie viele Einwohner? Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich... Keine Million, ne? Nein, nein, auf jeden Fall. Okay. Ja. Aber um die Größenordnung so. Ja, paar Hunderttausend, glaube ich. Und deswegen, also die kleineren Länder haben proportional ein bisschen mehr und das ist dann so eine Kurve sozusagen. Es könnte theoretisch sich nach einer mathematischen Formel auch richten, es gab schon viele Anläufe im Europäischen Parlament, das auch transparent zu gestalten, aber die Wahrheit ist, dass sich das immer noch nach Verhandlungen, also Lobbykraft der einzelnen Länder teilweise richtet. Und es gibt ja auch zwischen den Wahlen ja immer wieder auch Veränderungen in der Einwohnerzahl und dann gibt es halt so Verhandlungsrunden, wo das dann für die nächste Wahl angepasst wird. Jetzt, wie gesagt, durch den Brexit war es ein bisschen einfacher, weil es gab mehr Sitze wieder zu verteilen, ohne jemandem was wegzunehmen. Aber grundsätzlich ist in den Verträgen die Mitgliederzahl des Parlaments bei 750 gedeckelt. Okay. Und wie ist das, die Verteilung der jeweiligen Parteien? Kannst du da vielleicht auch nochmal was zu sagen? Ja, das richtet sich einmal danach natürlich, welche Wahlergebnisse die jeweiligen Parteien haben und dann schließen sich die Parteien auch im Europäischen Parlament entlang ideologischer Linien zu Fraktionen zusammen. Also es gibt die Fraktion der Europäischen Volkspartei, ist die größte im Moment mit, ich glaube, 276 Abgeordneten. Da ist zum Beispiel CDU, CSU aus Deutschland mit dabei. Die SPD ist bei den Europäischen, also Sozialisten und Demokraten heißt die Fraktion, glaube ich, im Moment. Die viertgrößte Fraktion im Moment ist die liberale Fraktion, also die FDP. Mitglied ist die Mitgliedis, also die drittgrößte Fraktion, die liberale Fraktion, viertgrößte sind die Grünen und so weiter. Und dann gibt es auch Fraktionen, die entsprechen nicht unbedingt Parteien, die man jetzt aus Deutschland kennt. Also es gibt zum Beispiel die Fraktion der Europäischen Konservativen. Es gibt auch die, ich glaube, Identität- und Demokratiefraktion heißt, wo sich die ganzen Rechtsnationalisten tummeln. Und es gibt auch viele fraktionslose Abgeordnete, also zum Beispiel die aktuell, die zwölf Abgeordnete von Viktor Orbáns Fidesz-Partei wurde ja aus der EVP ausgeschlossen. Die sind zum Beispiel fraktionslos. Und Zusatz dazu noch kommt zum Beispiel in der Grünen-Fraktion, die auch grüne Europäische Freie Allianz heißt, gibt es ganz viele Abgeordnete auch, die jetzt nicht direkt grünen Parteien angehören, sondern teilweise die Europäische Freie Allianz ist ein Zusammenschluss von eher progressiven Minderheiten-Parteien. Aber es gibt da auch noch einzelne Abgeordnete, zum Beispiel auch ein Abgeordneter der Partei. Nico Seemsroth ist auch in der Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament. Also da gibt es halt etwas buntere Zusammenschlüsse. Und die Fraktionen sind dann auch nicht alle so diszipliniert, wie man das zum Beispiel aus dem Deutschen Bundestag kennt, sondern da geht es auch teilweise oft auch nach nationalen Interessen, ja, Abweichungen beim Abstimmungsverhalten. Okay, gut, dann haben wir jetzt ja einen guten Einblick. Erstmal, ich würde sagen, gibt es eine Frage hier? Dann machen wir eine kurze Musik und dann reden wir weiter. So, jetzt kommen wir aber wieder zum Thema. Und zwar, das hörte sich ja vorhin alles ganz toll an, was du erzählt hast über das Europaparlament. Gibt es denn da auch irgendwie einen bitteren Tropfen? Also ich glaube, bei Demokratie gibt es immer bittere Tropfen. Sag mal, was zum Beispiel? Ganz bittere Tropfen aus jünger Vergangenheit ist zum Beispiel, wie die, aus meiner Sicht, die Europäische Volkspartei sich eben den rechtsradikalen und extremen Rechten teilweise anbietet, auch weil sie da ihre Wahlchance wittert oder weil sie schon auf Zusammenarbeitsmöglichkeiten in der nächsten Legislatur schielt. Und dann eben zum Beispiel so eine Gesetzgebung wie zum Schutze und Wiederbelebung der Natur einfach opfert, wie sie eben dann populistisch auch, ja, auch das bei anderen Gesetzgebungsverfahren, zum Beispiel die Emissionsdirektive, die halt eben auch, ja, ganz zahnlose Geschichte geworden ist. Worum geht es jetzt? Um das Klima, oder? Bei Emissionen geht es eben um, ja, Ausstoß von giftigen Gasen, von Industrieanlagen, die uns ja alle betreffen, die unsere Gesundheit betreffen und da eben aus, ja, auch parteipolitischer Kalkül eben dafür zu sorgen, dass die Verantwortung deren, die diese Anlagen betreiben, möglichst nicht in das Gesetz geschrieben wird und so weiter und so fort. Also, das ist natürlich auch klar nach politischer Einstellung, aber, also es gibt natürlich auch beim Europäischen Parlament nicht nur Sternstunden, das ist ein tagtäglicher Kampf, wer da dabei ist, braucht eine sehr, sehr hohe Fähigkeit, Frust zu ertragen, aber es gibt dann eben auch immer wieder Erfolge und, ja, wie schon vorhin gesagt, also ich denke, es ist wichtig, dass es da ganz viele Sachen geregelt werden, die nicht ausreichend auf nationalstaatlicher Ebene geregelt werden können. Ja gut, aber es ist ja, also es gab ja Zeiten, es wurde ja mal auf Nationalebene geregelt, also das, es gibt ja, also das gibt es ja noch nicht so lange, also es wurde ja Jahrhunderte auf Nationalebene geregelt. War es einfacher vorher oder? Ich war nicht dabei. Nee, ist schon klar, aber. Na gut, also wenn man das jetzt versucht, in historische Perspektive zu setzen, haben wir die EU jetzt ja auch schon oder vorher europäische Gemeinschaft auch schon gut 70 Jahre, recht nicht richtig. Nationalstaat ist jetzt auch nicht so, das haben wir jetzt vielleicht gerade mal 200 Jahre. Es ist, wenn ich, also das Problem ist, natürlich kennt man in der Demokratie eine Regierung, schaut darauf, dass sie wiedergewählt wird, sie agiert eben dafür, in vier Jahren möglichst viele Stimmen wiederzubekommen und dann sind halt viele Geschichten, auch gerade, das sehen wir auch heute in der Bundesrepublik, wo eben viele Entscheidungen der Ampelregierung auf sehr viel Widerstand stoßen, die halt, ja, so eine nationale Regierung teilweise auch nicht die Kraft hat oder eben auch zum Beispiel der Industrie, der Wirtschaft nicht Wettbewerbsnachteile auferlegen wird. Das ist ja aktuell ganz heiß, die Diskussion um die Lieferkettenrichtlinie, wo die FDP eigentlich der deutschen Wirtschaft durch ihren Stand diese Richtlinie auf den letzten Metern zu verhindern, einen Bärendienst erwiesen hat. Noch mal ganz kurz für die Leute, die es nicht wissen, also es geht darum, dass man sagt, wir wollen zum Beispiel keine Waren mehr oder wir wollen nachgewiesen haben, ob die Waren durch Kinderarbeit produziert wurden und so weiter und so fort und die FDP stellt sich dagegen und sagt, das ist zu viel Bürokratie, nur um das nochmal eben zu erklären. Genau, es geht darum zu sagen, Produktionsverhältnisse, die wir hier in Deutschland nicht haben wollen, wie Kinderarbeit oder dass Menschen unter unwürdigen oder gesundheitsschädigenden Bedingungen zu arbeiten haben. Man kennt ja auch die brennenden Fabriken aus Bangladesch und so weiter und so fort. Das wollen ja auch Unternehmen nicht. Das ist ja auch das Interessante an der Geschichte. Also die haben ja auch kein Interesse daran, dass ihre Marke durch solche Enthüllungen dann oder solche Unfälle beschädigt wird. Und wir haben ja in Deutschland schon ein Lieferkettengesetz und eigentlich geht es darum, jetzt auf europäischer Ebene für alle Produzenten gleiche verbindliche Regeln zu schaffen. Und das ist auch im Interesse der deutschen Industrie, der deutschen Produzenten. Ich weiß nicht, warum die FDP glaubt, aber wie gesagt, ich glaube, das ist mehr politische Taktiererei. Aber da würde ich gerne nochmal einhaken, weil wir haben dieses Gesetz schon seit einiger Zeit und mir ist immer wieder zu Ohren gekommen. Ich will jetzt natürlich nicht eine spezielle Modemarke rauspicken, weil wir haben Tausende. Ich will hier auch nicht irgendwie, dass es nachher so aussieht, als hänge ich mich an einem Modegeschäft auf. Aber ich nehme jetzt mal die Modekette H&M, weil da immer wieder bekannt wird, dass die zwar angeblich darauf achten, dass zum Beispiel Kinderarbeit nicht in den Produkten steckt und so weiter. Aber bei Kontrollen siehst du ja ständig in diesen Politik-Sendungen. Ich weiß nicht, ob du die manchmal guckst, so im Fernsehen, dann fahren die Journalisten in die Länder, wo produziert wird. Und oh Wunder, oh Wunder, die Verhältnisse sind grauenhaft. Und H&M fällt dann aus allen Wolken. Das sind natürlich auch andere Firmen, ich sage es nochmal, die fallen dann aus allen Wolken und sagen, ja, das haben wir ja nicht gewusst und das hat sich unserer Kontrolle entzogen. Ja gut, wenn das so ist, wie ist denn das, wenn so etwas jetzt auf europäischer Ebene festgezurrt wird? Also sagen wir mal, die FDP ist noch so gnädig, da irgendwie zuzustimmen. Wird so etwas dann auch wirklich mal kontrolliert? Weil ich habe so das Gefühl, also in Deutschland ist das wirklich ein zahnloser Tiger und beruht mehr auf so einer Selbstverpflichtung, die aber von den Modeketten nicht eingehalten wird. Gut, es ist schon auch in Deutschland, glaube ich, ein bisschen mehr mittlerweile zum Glück als eine Selbstverpflichtung. Es geht ja auch darum, also die Selbstverpflichtungen hatten wir schon oder haben wir schon seit langem, aber wir wissen, glaube ich, auch, dass die in den meisten Fällen nicht funktionieren. Es geht sowohl bei dem deutschen Gesetz als auch bei der europäischen Richtlinie im Grunde mehr darum, dass es eine Selbstverständlichkeit wird für Unternehmen, dass die eben diese Pflicht haben und darüber auch Rechenschaft ablegen können müssen, wie sie dafür sorgen, dass eben ihre Lieferketten auch Menschenrechte, auch Umweltstandards und so weiter einhalten. Und das wird dann aber, um noch mal bei dem Beispiel zu bleiben, das wird dann aber eben auch durchgehend kontrolliert und nicht, wenn dann irgendwie ein paar Journalisten mal hinfahren und nachgucken, dann kommt es raus, sondern es wird dann tatsächlich, man hat dann die Möglichkeit, das irgendwie durchgehend zu kontrollieren oder wie können wir uns das vorstellen? Ja, also ich kann jetzt nicht zu jedem Paragraphen dieser... dass du als Unternehmen eben die Pflicht hast, zu schauen, okay, was passiert, dich zu informieren, auch deine Zulieferer zu fragen, ja, wie macht ihr das, stellt ihr sich ja, dass es eben keine Kinderarbeit bei euch gibt und auch nicht nur bei euch selbst, sondern eben entlang der gesamten Lieferkette und wenn ein Unternehmen das eben nicht macht und bei einer Kontrolle zum Beispiel nicht nachweisen kann, dass sie eben dieser Sorgfaltspflicht genügend getan haben, dann können auch tatsächlich Strafen verhängt werden. Also das ist schon mehr als ein Zahnräuser-Tiger. Also ich habe eine Frage zum Lieferkettengesetz. Es kann ja nicht Aufgabe einer jeder einzelnen Firma sein, zum Beispiel die Produktionsbedingungen herauszufinden. Ist es nicht eher die Aufgabe des Staates, dass Handelsverträge abgeschlossen werden mit anderen Ländern, dass man von vornherein festschreibt, die und die Bedingungen müssen herrschen, wenn man jetzt zum Beispiel Produkte herstellt. Ja, jeder Betrieb, ich war ja da immer Buchhalter gewesen, ich kenne den Bürokratismus in Firmen, es ist so, jeder Firma müsste sich jemanden anstellen, jemanden neu anstellen und die müssten immer die ganzen Lieferketten verfolgen. Das ist ja ein irre Wahnsinn. Das ist so ein bisschen tatsächlich, wie die FDP aktuell argumentiert, aber das ist nicht so, wie diese Gesetzgebung gedacht ist. Also ich muss auch nicht als H&M Kontrolleure zu meinen Zulieferern schicken, sondern ich muss einfach dafür sorgen, dass die mir, also ich frage als Produzent die Unternehmen, die mir eben zuliefern, okay, wie macht ihr das, wie stellt ihr sicher. Also es geht halt auch darum, um ein gewisses Vertrauen aufzubauen. Und wie gesagt, du siehst auch, dass Aldi oder ich glaube Ikea und so weiter, es gibt ganz, ganz viele große Unternehmen, die ganz, ganz sich, DM und so weiter, die sich für dieses europäische Lieferkettengesetz einsetzen, weil sie das auch selbst haben wollen. Weil die Kunden das natürlich auch haben wollen. Und weil sie auch nicht wollen, dass sie eben diesen Aufwand betreiben und andere Wettbewerber das halt einfach unterlassen. Okay, was glaubst du denn mit der FDP? Ist das jetzt, das habe ich aktuell nicht im Kopf, sind es die einzigen, die sich da querstellen oder gibt es noch andere? Also sie sind natürlich nicht die einzigen. Es geht im Grunde darum, dass ohne die Stimme von Deutschland im Rat, im Rat ist die Stimmengewichtung ähnlich, ungleich, also geht. Je größer das Land, desto mehr Stimmen hat es im Rat. Und Deutschland hat eben das, es ist der größte Block. Und es ist so, wenn sich eine Regierung eben nicht einiges, in diesem Fall müsste sich Deutschland im Rat enthalten. Das ist, was die FDP eben fordert. Und dann ist eben nicht sichergestellt, dass dieses Gesetz im Rat eine Mehrheit findet. Deswegen wurde jetzt vorgestern auch die Abstimmung im Rat verschoben. Okay, gut, also ich wusste jetzt nicht genau, ob Deutschland die Einzigen sind, ob Deutschland das jetzt sozusagen, die FDP das zum Kippen bringen kann, europaweit. Also es ist kein Veto, was die FDP hier verlangt, aber eben dadurch, dass es natürlich auch andere Regierungen gibt, die da jetzt nicht so hundertprozentig begeistert über diese Gesetzgebung sind, und es ist halt nicht klar, ob es da für eine Mehrheit ohne Deutschland im Rat gäbe. Aber in Deutschland bleibt trotzdem, selbst wenn das jetzt kippt, bleibt in Deutschland trotzdem dieses Gesetz, dass zum Beispiel Kinderarbeit nicht in Artikel fließen darf, in Waren, das bleibt aber trotzdem. Ja, ja, das Deutsche Lieferkettengesetz, das ist ja unter der vorrangigen Regierung schon beschlossen worden. Das ist davon nicht angetastet. Okay, gut, gut, okay. Also da bin ich mal gespannt. Wir werden das verfolgen. Wie gesagt, kannst du noch kurz sagen, was die FDP als, oder du hast es im Grunde schon gesagt, die hat gesagt, in den Firmen ist zu viel Arbeit, fällt dann an, oder was sie als Begründung? Die FDP sagt, es ist doch ein Handelsverhältnis. Ach so, die FDP. Also genau, noch zu den Fragen mit Handelsverhältnissen. Also ich fürchte, es ist wenig realistisch, dass zum Beispiel von Regierungen wie, ich weiß nicht, ja, Pakistan, Bangladesch und so, zu erwarten, dass sie eben bei allen, ja, diese Produktionsbedingungen in allen Firmen im Land sicherstellen können. Ich glaube, wir sind da, also es ist natürlich klar, dass bei jedem Handelsvertrag, was die EU abschließt, das eine Rolle spielen würde, Rolle spielen sollte, muss. Aber es ist auch klar, dass eben auch die Firmen, die in diesen Ländern produzieren lassen, da eine Verantwortung haben. Ich kann nicht einfach sagen, ach ja, wir haben in Deutschland, wir haben in der EU zu starke Vorschriften, was zum Beispiel jetzt CO2-Ausstoß angeht, oder was Arbeitszeiten angeht, oder was menschenwürdige Arbeitsbedingungen angeht. Also verlagere ich meine Produktion einfach mal nach Serbien, nach Bangladesch, wo auch immer, nach Afrika, wo es eben diese Vorschriften so nicht gibt, oder eben die Regierungen das da nicht so durchsetzen können. Sondern ich denke, da müssen auch die Firmen, die die Waren letztendlich hier auf den Markt bringen, in die Verantwortung gezogen werden. Wie gesagt, also bei Klamotten ist es ja schon, ich bleibe jetzt mal beim Beispiel H&M und sage nochmal dazu, ist bei anderen bestimmt auch so, aber ich kaufe manchmal bei H&M, deshalb weiß ich, dass da an vielen Klamotten schon ein Schildchen hängt, so ein Pappschildchen, wo man lesen kann, ob das jetzt stimmt oder nicht. Wie gesagt, es kommt ja immer raus, dass es dann tatsächlich nicht so ist. Aber Sie werben damit, dass es recycelt aus Tralala und ohne Kinderarbeit und so weiter und so fort. Also ich gehe mal davon aus, im Moment haben die Leute so ein Bewusstsein dafür, dass man als Firma gut daran tut, dass man da auch hinterher ist. Ja, also wenn wir bei der Textilindustrie bleiben, Greenpeace hat ja jetzt zu Beginn der Fashion Week vom Brandenburger Tor einen großen Müllhaufen, riesigen Müllhaufen aus weggeschmissenen Klamotten aufgebaut. Und ja, ich glaube, es symbolisiert sehr stark, dass wir auch nicht unbedingt Klamotten zu Billigstpreisen brauchen, die wir dann halt zweimal, dreimal tragen und dann wegschmeißen. Also es ist auch, glaube ich, im Endeffekt nicht im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher eben diesen Kreislauf von immer billiger produzierten Waren zu haben, sondern ich glaube, wir können uns das auch leisten, dass die Leute, die unsere T-Shirts nähen und so eben auch unter menschenwürdigen Bedingungen diese Arbeit machen. Absolut. Ja, ich habe mal gelesen, die Firmen oder die Hersteller oder die Verkäufer sind ja sehr interessiert daran, dass sie da nicht böse angemacht sind. Wie weit habe hat denn die EU oder haben denn die Politiker oder die Leute, die das aufdecken, eine Lobby bei der guten Presse und sowas dann auch möglichst publik zu machen, weltweit, damit es auch bei den N-Verbrauchern ankommt? Die wissen es ja manchmal gar nicht. Wie gut ist denn der Stand da bei der guten Presse, sage ich mal. Also ich habe jetzt ziemlich viel Presseberichterstattung zu diesem Thema gehört. Ich glaube, da wird schon auch aufgedeckt und wie gesagt, die FDP ist eine Vier-Prozent-Partei. Also man könnte jetzt nicht sagen, dass dieser Standpunkt auch so wirklich massenhaft auch auf Zustimmung stößt. Ja, wie gesagt, ich glaube, da spielen eher taktische Überlegungen. Die wollen damit halt Sichtbarkeit, so eine symbolische Botschaft von denen. Es gibt natürlich auch Industrielobbys. Also es gibt auch in Deutschland und Europa Industrielobbys, die diese Regelung nicht haben wollen, die grundsätzlich immer gegen alles sind, was zum Beispiel Unternehmen zusätzliche Pflichten aufbürdet. Aber ich glaube, es ist auch wichtig zu sehen, dass es eben, es gibt nicht die Wirtschaft, es gibt nicht die Unternehmen. Es gibt solche Unternehmen, es gibt solche Unternehmen. und es gibt anscheinend Unternehmen, es gibt starke Unternehmensverbände, die möchten nicht, dass das kommt. Und es gibt andere Unternehmen, die sind durchaus dafür. Ich meine eigentlich mit Lobby mehr, welche Möglichkeiten hat denn EU-Politiker, das an die Presse zu bringen und wie weit ist denn die gute Presse aufmerksam und wird das dann auch weiter verbreiten? weil ihr braucht ja die Presse, Medien, sag ich mal, die guten Medien, um zu mal weiter. Habt ihr da eine starke Lobby als EU-Politiker bei der guten Presse? Nein, ich glaube, das ist... Darf ich vorher kurz erklären, was die gute Presse ist? Okay, ich habe dich schon verstanden. Ja, Daniel. Ich glaube, das ist nicht anders, also beziehungsweise auch aus meiner Erfahrung aus dem Europaparlament, das ist nicht anders als jetzt von PolitikerInnen, PolitikerInnen aus dem Bundestag. Ja, man hat Pressekontakte, man versucht möglichst viel Presse zu erreichen. Was sich sehr verändert hat, also ich bin ja, wie du schon gesagt hast, 2004 nach Brüssel gegangen. Ich glaube, was sich seitdem sehr verändert hat, ist das Interesse an europäischen Themen. Also seinerzeit war es wirklich schwer, mit EU-Themen irgendwie Presseaufmerksamkeit zu bekommen und das hat sich sehr stark geändert. Also ich glaube, ich würde sagen, so ungefähr seit der Bankenkrise, seit der Euro-Krise und dann über Flüchtlingskrise und so weiter, aktuell dann Pandemie, Ukraine und so weiter, also man könnte endlos mittlerweile die Themen aufzählen, die europaweit diskutiert werden, wo auch Bezug genommen wird, also wo in Deutschland geschaut wird, was wird dazu in Frankreich, in Spanien, in Italien gesagt, also wo wirklich diese Öffentlichkeit nicht mehr ganz, wo die Öffentlichkeiten nicht mehr ganz national abgeschottet sind, sind, sondern wir tatsächlich in den letzten, sagen wir mal, ein, zwei Jahrzehnten so etwas wie die Entstehung einer europäischen Öffentlichkeit erlebt haben und das ist aus meiner Sicht ein klarer Fortschritt, also auch wenn wir die Diskussion im Einzelnen nicht immer gut finden, aber grundsätzlich finde ich, das ist für eine Demokratie, wenn wir eine europäische Demokratie haben wollen, die eben mehr ist als die Summe der nationalstaatlichen Demokratien, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass wir über Grenzen hinweg auch miteinander sprechen. Wirkt sich denn dieses größere Interesse an Europapolitik auch bei den Wahlen aus? Hast du da irgendwie so einen Überblick, ob sich die Leute doch dann eher beteiligen an der Europawahl so in den letzten Jahren oder ist das nicht so auszumachen? Also, ich müsste das nochmal nachschauen, aber ich meine, bei der letzten Europawahl ist die Wahlbeteiligung tatsächlich nach langen Zeiten des Absinkens zum ersten Mal wieder gestiegen. Also ich glaube, wir werden das vielleicht sehen, wie das dieses Jahr ist, aber ich glaube schon, dass sich das dann auch auswirkt, dass die Menschen tatsächlich auch mehr begreifen, und warum Europapolitik für sie wichtig ist, weil sie sehen, welche Themen diskutiert werden. Okay. Wie groß oder wie hoch ist denn so im Durchschnitt die Wahlbeteiligung? Hast du da irgendwie so Zahlen? 50, 60 Prozent? Die Brandbreite ist riesig. Also es gibt Länder, wie glaube ich, in Tschechien ist die notorisch niedrig, bei ich glaube so 25 Prozent. Oh ja, das ist wirklich nichts. Also so richtig im Keller. Bei Deutschland war sie auch, glaube ich, so bei 50 Prozent schon mal angelangt, aber das müsste ich, wie gesagt, nochmal nachschauen. Es gibt auch Länder, da gibt es Wahlpflicht, also Belgien zum Beispiel. Ach, in Belgien gibt es Wahlpflicht? Genau. Das wusste ich gar nicht. Ah ja, okay. Da ist die Wahlbeteiligung dann entsprechend hoch. Was passiert denn, wenn man nicht geht? Dann kriegt man eine Ordnungsstrafe, oder? Genau, aber die wird, also zumindest in Belgien, meines Wissens nach, wird die eigentlich nie vollstreckt, aber trotzdem wirkt das. Ist da auch Nationalwahlpflicht, oder nur auch? Okay, das war mir völlig, ist mir völlig neu. Wusstet ihr das? Okay, gibt es auch in anderen Ländern. Bildungslücke, okay, gut. Wir stellen das alles, wenn du noch was nachreichen willst, dann kannst du das Klaus schicken, dann stellen wir das alles als Info unter den Film. Gut, wenn jetzt keiner mehr zum Thema Europapolitik eine Frage hat, also wir haben schon gehört, es ist ja schon relevant, was da entschieden wird, und man kann schon sagen, auch wenn wir keine Wahlpflicht in Deutschland haben, Leute, man kann schon hingehen und wählen gehen, die fünf Minuten, die hat man übrig an dem Tag, also? Also ich wäre etwas strenger. Okay. Ich finde, wenn man sich anguckt, auch die Umfragen vorher sagen, es ist ja nicht nur so, dass nur in Deutschland die AfD eine Partei, die halt eben ganz klar sich gegen die demokratische Ordnung, gegen die europäische Integration für die Interessen von Putin und so weiter einsetzt, das ist ja auch durchaus in anderen Ländern der Fall, in manchen Ländern sind solche Leute wie eben Orban in Ungarn oder Melonien, Italien an der Regierung, auch an anderen Regierungen beteiligt und wenn wir es nach allen Vorhersagen könnte sehr stark passieren, dass eben diese europafeindlichen Gruppen sehr stark zunehmen bei der nächsten Wahl, dann wird auch für die Mittelrechtsparteien, eben der EVP, die Versuchung mit diesen Kräften gemeinsame Sachen zu machen, das sehen wir ja jetzt auch gerade bei der Flüchtlingspolitik, wohin das führt, also es ist nicht egal, wie das nächste Europaparlament zusammengesetzt ist, es ist nicht egal, welche europäische Kommission wir dann bekommen, welche, also das europäische Parlament muss ja die Kommission auch wählen, insofern muss auch die Kommission Arbeitsprogramm vorlegen, was die Mehrheit im europäischen Parlament findet, daher ist es sehr, sehr wichtig und wie gesagt, ich glaube es eben reicht, also sehr wichtig, danke nochmal jedem, der jetzt diese Tage auf die Straße geht, um die Demokratie, um Menschenrechte zu verteidigen und genauso wichtig ist es dann auch im Juni bei der Europawahl auch wählen zu gehen. Also ich will hier jetzt keine Lanze brechen für rechte Parteien, aber wenn man sich mal in Italien anguckt, Meloni, die ist ja normal, macht ganz, also mehr oder weniger normale Politik und nicht ihre rechte Politik, die sie vorher angekündigt hat, also man kann fast sagen, lass die mal alle in Regierungsverantwortung kommen, dann machen die schon irgendwie mehr oder weniger demokratische Politik. Also gerade in Italien sieht man eigentlich, dass sie ja nichts von dem, was sie ihren rechten Wählern angekündigt hat, bisher durchgesetzt hat. Das ist nach meinen Informationen nicht so. Also das Einzige, was ich Meloni zugute halten würde, ist, dass sie tatsächlich im Unterschied zu Orbán oder Fizzo und so nicht eben in Putins politischen, nicht sich da vor den Karren sparen lässt, sondern eben durchaus zur transatlantischen Zusammenarbeit steht. Aber das hat sie vorher angekündigt, dass sie es nicht tun wird. Ja, ja. Nee, ich sage, das würde ich bei ihr schon durchaus positiv sehen. Aber wenn du zum Beispiel siehst, dass sie eins der ersten Sachen war, was sie abgeschafft hat, ist eben dieses Mindestlohn, was die Vorgängerregierung eingeführt hat, was hier ja auch hierzulande unter Grundeinkommen diskutiert wurde, wegen der Bezeichnung, was aber nicht war, sondern eher mehr unserem Bürgergeld ähnlich. Aber also es ist durchaus so, dass die in... Ach so, da hatte ich gehört, das kann man gleich mal klären, da hatte ich gehört, diese sogenannte, ich weiß jetzt nicht, wie man es nennen soll, Bürgergeld oder wie auch immer, dass, also es wurde ja zuerst, ging durch die Medien, dass sie das gleich abgeschafft hat und dann ging durch die Medien, dass das sowieso nur für so und so viel Zeit angesetzt war, dass das gar nicht, dass das gar nicht angedacht war, dass das, ich will hier nicht für Meloni sprechen, also nicht, dass du mich falsch verstehst, aber wie gesagt, meine Intention ist einfach, dass ich sage, immer wenn diese Parteien oder so dann Regierungsverantwortung haben, dass sie dann doch irgendwie, doch sich in diese demokratischen Geflogenheiten einfügen, mehr oder weniger, wie man bei Meloni, finde ich, sieht. Wie gesagt, also, ja, also wie gesagt, es gibt eine große, ich bin da jetzt auch nicht tief genug in der italienischen Politik drin, dass ich jetzt da noch viel mehr Beispiele bringen könnte. Aber war das angesetzt für eine bestimmte Zeit, dieses Bürgergeld, oder war das irgendwie für die Ewigkeit gedacht? Vielleicht können wir das nochmal, das können wir nochmal recherchieren und können es unter den Film stellen, weil so hatte ich das später gelesen, dass das gar nicht sozusagen Ihre Entscheidung war, das wieder abzuschaffen. Wie gesagt, meines Wissens war das nicht temporär begrenzt, aber wie gesagt, da müsste ich jetzt auch selbst nachschauen. Genau, können wir nochmal recherchieren. Ich denke, also was Wichtiges, aber, also ich glaube, wo es kein, kein, ja, kein, was ziemlich klar ist, natürlich, die macht schon, also es ist eine rechte Regierung, die macht schon, gerade was Sozialpolitik angeht, auch was, was, ja, Rechte von Minderheiten und so weiter angeht, macht es eben eine strammrechte Politik. Natürlich, dafür wurde sie gewählt, aber es ist halt so, es gibt, glaube ich, Parteien, die, die eben ganz klar außerhalb des demokratischen Spektrums fallen, auch wenn sie sich bei Wahlen bewerben, auch wenn sie eben in demokratischen Institutionen vertreten sind und es gibt natürlich gewisse, ja, Toleranz, wie viel, wie viel die demokratischen Institutionen da vertragen können, aber ich glaube schon, dass wir bei dieser Wahl nicht sicher sein können, dass da nicht, nicht eine Hemmschwelle jetzt, überschritten wird und ja, dass wir plötzlich eine ganz andere EU am Ende bekommen, als wie wir sie jetzt kennen. Also wenn ich da so salopp sage, geht zur Wahl, das heißt, geht bitte wirklich zur Wahl, würdest du ergänzen? Ja, ich kann jede und jeden dazu nur raten. Gut, wenn da keine Fragen mehr zu ist, weil du schon, weil du schon die Sozialpolitik erwähnt hast, das wäre so ein schöner Übergang zum europäischen Grundeinkommen, ich schlage vor, wir machen eine Musik und dann gehen wir zum europäischen Grundeinkommen. Wollen wir es so machen? So, Musik ist gerade nicht ein Problem, aber das lösen wir gleich, dann kommen wir gleich zum BGE, das können wir auch gerne machen, weil wir haben eh nur noch eine Stunde und da gibt es ja wahrscheinlich einiges zu berichten. Ich habe da ein paar Fragen, aber bevor ich frage, würde ich dich bitten, einfach mal zu erzählen, ob sich da so in den letzten Jahren was getan hat in Bezug auf europäisches Grundeinkommen, vielleicht erzählst du einfach mal Stand der Dinge und ja. Ja, Frage ist natürlich, was meinen wir mit europäischem Grundeinkommen? Ich habe ja vorhin angesprochen, ganz am Anfang, dass die EU in ganz vielen Bereichen viel zu vermelden hat, viel beschließen kann. Das ist in der Sozialpolitik zum Beispiel nicht der Fall. Es ist nicht so, dass die EU gar keine Mitsprache in der Sozialpolitik hat, oder Arbeitsmarktpolitik. Also es gibt durchaus auch Mittel, wie sie da mitreden, mitspielen kann, aber grundsätzlich Sozialpolitik und als solches ist natürlich ein Grundeinkommen auch, zumindest auch zu sehen, als sozialpolitisches Instrument. ist es nicht etwas, was einfach so auf europäische Ebene beschlossen und eingeführt werden könnte. Wobei das so wichtig wäre, dass wir zum Beispiel überall den gleichen Lohn hätten oder überall gleiche Leistungen für Leute, die nicht arbeiten. Also das wäre ja eigentlich fast wichtiger als irgendwelche, wie man immer so schön witzelt, dass die Gurke nicht krumm sein darf und so weiter und so fort, oder? Ja, ich habe ja vorhin ja schon davon erzählt, dass wir eben grundsätzlich Bewegungsfreiheit haben in Europa. Also wenn ich in irgendeinem Land keine Arbeit finde, kann ich in ein anderes Land gehen. Also es ist grundsätzlich, wäre es natürlich ein wichtiger Punkt zu sagen, wir brauchen vergleichbare Verhältnisse europaweit. Wir brauchen ja eigentlich überall in Europa sollen sich die Menschen darauf verlassen können, dass sie eben unter, also in welcher Lebenssituation auch immer unter menschenwürdigen Bedingungen leben können, ob sie Arbeit haben oder nicht. Wenn sie Arbeit haben, dass sie aus ihrem Einkommen menschenwürdig leben können. und das sollte eben nicht davon abhängen, in welchem Mitgliedstaat sie geboren sind oder in welchem sie sich aufhalten. Das Problem ist aber auch andersrum. Die Frage gestellt, könnte jetzt ein Land ganz alleine ein Grundeinkommen einführen? Und da ist die Antwort auch wahrscheinlich nicht. Also es ginge gar nicht. in einem EU-Mitgliedstaat alleine das Grundeinkommen einzuführen. Das hat zum Beispiel hat Finnland festgestellt, als sie vor ein paar Jahren dieses Grundeinkommensexperiment hatten. Das war ja nur ein Experiment. Ja, aber selbst schon zum Experiment hat der Leiter dieses Experiment erzählt auf einer Konferenz vor ein paar Jahren, dass eines der größten Probleme bei der Umsetzung war, zu schauen, wie sie das eben EU-rechtskonform machen können. Wie ist denn da die Regelung in der EU? Weil wir haben ja auf der einen Seite hat jedes Land eine bestimmte Höhe von Sozialleistungen oder bestimmte Löhne. Das ist dann wohl okay. Aber es darf kein Land ein Grundeinkommen beschließen. Habe ich das richtig verstanden? Naja, es ist nicht so, dass es nicht beschließen darf. Es ist halt nur kompliziert, weil du zum Beispiel bei den Sozialleistungen ja welche dabei hast, die hängen davon ab, in welchem Land du lebst. Ja. Aber andere sind dabei, da hast du die Rechte erworben. Wenn du zum Beispiel in die Arbeitslosenversicherung einzahlst, wenn du in die Rentenversicherung einzahlst, erwerbst du Ansprüche. Und diese Ansprüche, die kannst du geltend machen, auch wenn du zum Beispiel nicht in Deutschland lebst. Kannst du deine Rente hinterher schicken lassen. Und deswegen ist die Frage, wenn ich jetzt ein Grundeinkommen einführe, welche Sozialleistungen werden damit abgelöst, sozusagen. Jetzt verstehe ich das. Und je nachdem, wie es gestaltet ist, also wenn es eben nur Leistungen sind, die halt vom jeweiligen Land gewährt werden, wie zum Beispiel Bürgergeld, dann geht es womöglich auch ohne EU, also Regelungen auf EU-Ebene. Aber es kann ganz, ganz schnell da kompliziert werden. Ich habe das jetzt verstanden. Also es geht um die verschiedenen Leistungen. Das heißt, ich habe es gerade schon gesagt, wir wären im Grunde sehr gut bedient, wenn wir uns EU-weit auf einen Mindestlohn einigen könnten, plus Höhe von Sozialleistungen, plus Leistungen wie Rente und so weiter und so fort. Da wären wir ja im Grunde gut bedient. Warum wird das nicht gemacht? Gibt es da Gründe? Ein grundsätzlicher Grund ist natürlich bei der Europapolitik leider immer so, dass die Mitgliedstaaten grundsätzlich sehr auf ihren Kompetenzen pochen. Also das ist sozusagen... Aber nicht in allen Bereichen, ne? Ja, sehr oft. Also es ist grundsätzlich so, wenn die EU etwas regeln möchte, wo die Mitgliedstaaten ihre Hand heben und sagen, nee, nee, da redet ihr uns nicht rein, dann wird es sehr schwierig. Also es ist jetzt nicht nur Sozialpolitik, da könnte man viele andere Beispiele nennen. Aber es ist durchaus... Also es gibt auch durchaus Stimmen, die sagen, ja, wir können aber zum Beispiel so etwas wie eine Euro-Dividende einführen, wo die EU einen gewissen Sockelbetrag an alle EU-BürgerInnen auszahlt und die dann jeweils noch von den einzelnen Mitgliedstaaten dann aufgestockt wird, weil, ja, wir wissen ja auch, die Lebenshaltungskosten, Lohnniveaus, Armutsniveaus sind ja unterschiedlich pro Mitgliedsland. Okay. Okay, das wäre also zum Beispiel eine Ideenvorschlag? Genau. Und da könnte man eben überlegen, kann ich so eine Euro-Dividende so gestalten, dass sie zum Beispiel nicht als sozialpolitisches Instrument gilt. Also da gibt es verschiedene Ideen, Diskussionen, ob eben das zum Beispiel auch mit den bestehenden EU-Verträgen möglich sei. Und ist es so? Oder hast du da schon so... Also die Antwort ist, es kommt drauf an. Es gab zum Beispiel vor ein paar Jahren tatsächlich so eine Anfrage an den wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages, die einen konkreten Vorschlag, nämlich von Philipp von Parais, der vor ungefähr zehn Jahren das erste Mal dieses Konzept Euro-Dividende in die Debatte gebracht hat. Die haben sich jetzt diesen, ja, diesen Vorschlag angeschaut und gesagt hat, nee, das ginge nicht. Aber das hat zum Beispiel auch damit zu tun, dass da auf der Finanzierung eben sehr stark Umsatzsteuer als gegen ein Finanzierungskonzept vorgeschlagen wurde. Also es kommt, glaube ich, darauf an, so wie es jetzt verschiedene Fonds auf europäischer Ebene zum Beispiel zur Bankenrettung gab, die man quasi außerhalb des normalen EU-Haushalts eingerichtet hat, könnte es ja, wäre es durchaus denkbar, so einen Fonds eben für die Euro-Dividende einzurichten und zu sagen, ja, das ist eine zusätzliche Geschichte jetzt, das betrifft nicht das, was wir im EU-Haushalt sonst machen, das betrifft aber auch nicht, wir greifen ja nicht in die sozialpolitische Kompetenz der Mitgliedstaaten ein, weil es ist was Zusätzliches. Wir treffen ein paar Absprachen, dass es nicht dazu führen darf, dass es jetzt von EU-Ebene zusätzliches Geld gibt, dass dafür eben von den Mitgliedstaaten, die sagen, super, dann kann ich ja auch weniger zahlen. Also es müsste schon klar sein, dass Menschen dadurch auch nicht schlechter gestellt werden können, aber ich denke, das ist durchaus, zumindest theoretisch, denkbar, wie weit jetzt die politische Realität, wie weit wir davon entfernt sind, das ist natürlich schwerer zu sagen. Wie können wir uns das denn vorstellen in Sachen Grundeinkommen im Europäischen Parlament? Gibt es da Arbeitsgruppen? Du bist ja zum Beispiel beim Grünen-Grundeinkommen, so wie ich das, wie du mir geschrieben hast. Wie können wir uns das vorstellen? Sind das Arbeitsgruppen, die sich da zusammentun oder wie läuft das? Also im Europäischen Parlament wird aktuell nicht viel über Grundeinkommen diskutiert. Es gibt dementsprechend auch keine Arbeitsgruppe. Da ist, wie ich schon vorhin angesprochen habe, die aktuelle Debatte fokussiert sich auf Mindesteinkommen, was ja auch schon wichtig wäre zu sagen, wir haben da gleiche Standards, gleiche Absicherungen in ganz Europa, aber wir wissen auch, ich glaube, da brauche ich jetzt auch Menschen, die am Grundeinkommen interessiert sind, nicht im Detail zu erklären, dass eben diese bedarfsgeprüften Zuwendungen halt auch eben nicht alle Fälle immer gut abdecken. Wir wissen, dass das ein Netz mit Löchern ist und dass da eben ein Grundeinkommen deutlich sicherer dafür sorgen könnte, dass eben niemand herabrutscht. Jetzt wird immer gesagt, diese Grundeinkommensdebatte ist eine sehr deutsche Debatte. Stimmt das? Das sehe ich überhaupt nicht. Es gibt eine bestimmte, wie soll ich sagen, Schule des Grundeinkommens, die sehr stark im deutschen Sprachraum verwurzelt ist. ist das wahrscheinlich schon. Das stimmt, aber es wird auch vielleicht nicht in allen, aber ganz vielen EU-Ländern intensivst über Grundeinkommen debattiert. Es gibt, ja, es gab Länder, zum Beispiel in Frankreich bei der letzten Präsidentschaftswahl hat die Debatte eine Rolle gespielt. Also, das Thema ist, glaube ich, schon mittlerweile überall präsent. Wie stark es in der Öffentlichkeit gerade ist, ist natürlich unterschiedlich, aber, ja, ich erlebe das auch in unserem europäischen Netzwerk, dass wir überall Menschen finden, die an dem Thema interessiert sind und sich dafür einsetzen. Und auch im europäischen Parlament gibt es durch, also, ich habe jetzt vorhin die Frage, ob es eine Arbeitsgruppe gibt, verneint, aber es gibt durchaus viele Abgeordnete, die da offen oder auch positiv eingestellt sind. Und dann wird auch immer gesagt, dass Deutschland eins der wenigen Länder ist, wo die Linke ja, also natürlich nicht geschlossen, aber große Teile der Linke gegen ein Grundeinkommen sind. Das ist ja, also ich war ja mal Mitglied in der der Linken und kenne das natürlich. Seitdem gab es doch eine Mitgliederbefragung, die ist ja anders ausgegangen. aber das ist ja alles im Sande verlaufen, sozusagen. Die Linke ist ja eigentlich, ist jetzt nicht heute unser Thema, aber ich denke mir, wenn sich diese Wagenknecht-Partei jetzt gründete, dann ist die Linke wahrscheinlich sowieso, gehe ich mal davon aus, weg vom Fenster. Aber im linken Grundeinkommen, damals war es eben so, also ich war in dem Arbeitskreis oder in der Arbeitsgemeinschaft Linkes Grundeinkommen, dass wir da also sehr großen Gegenwind von der Partei Die Linke bekommen haben, weil du kannst sagen, dass schon gut die Hälfte, wenn nicht etwas mehr, dagegen waren, also gerade die sozialistischen Gruppen waren sehr dagegen. Und jetzt hat Die Linke natürlich die Abstimmung, ob das Grundeinkommen ins Parteiprogramm soll, hat die gewonnen, aber es ist nichts bei rausgekommen. Also im Grunde wurde das vertagt und ich habe mich da jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr mit beschäftigt, weil ich da auch raus bin. Aber was eigentlich, ich komme jetzt mal zu meiner Frage, was ich immer höre, ist, dass das eine deutsche Besonderheit ist, dass in anderen Ländern, in anderen europäischen Ländern gerade die Linke pro Grundeinkommen ist. Kannst du das bestätigen? Ich glaube, das ist nicht eine ausschließlich deutsche Besonderheit. Also es gibt auch in anderen Ländern sehr traditionalistische linke Kräfte, die sich auch aus unterschiedlichen Überlegungen dagegen aussprechen. Es gibt ja auch dieses Mythos, Grundeinkommen sei eine neoliberale Erfindung. Ja, eben deshalb sagt Die Linke ja nein in Deutschland. Also ich würde, wie gesagt, nicht sagen Die Linke, aber es gibt große Teile. Wir kennen auch exponierte Vertreter, Vertreterinnen dieser Partei, die stark dagegen sind. Ich will nicht, also ich würde jetzt sagen, Die Linke hat als Partei in Deutschland vermutlich gerade auch andere Sorgen als nur ihre Einstellung zum Grundeinkommen. Da gehe ich von aus, ja. Aber ich bin jetzt mal an der Stelle optimistisch und sage, Die Linke hat jetzt auch die Möglichkeit, sich auch ein bisschen neu zu erfinden und mit bestimmten progressiven politischen Konzepten und das betrifft ja nicht nur Sozialpolitik, das betrifft ja auch Ökologie und so weiter, ja, sich ein neues Profil aufbauen und vielleicht kommen sie dann zu dem Schluss, dass das Grundeinkommen ein Thema ist. Wir wissen aus Umfragen, dass eigentlich die Mehrheit der Deutschen dafür ist und auch, wie du gesagt hast, ich bin bei den Grünen, wir haben das Grundeinkommen als langfristige Perspektive in unserem Grundsatzprogramm, das heißt aber auch nicht, dass wir jetzt in jedem Wahlprogramm reinschreiben, so, jetzt wollen wir aber Schritt Richtung Grundeinkommen gehen. Dass das so ist oder sein wird, dafür setzen wir uns eben im Netz der Grundeinkommen ein, aber ich denke schon, dass es da durchaus Potenzial gibt, wenn eine Partei, den Bundesnistag will, sich dieses Thema mal etwas offensiver annehmen. Aber das ist, also sagst du, das ist nicht so, dass in den anderen Ländern man sagen kann, dass also bevorzugt die Linke pro Grundeinkommen ist, dass da ich glaube, das ist gemischt. Also es gibt durchaus linke Parteien, die da sehr, sehr positiv eingestellt sind und andere, wo ja ähnliches Skepsis. Man kann ja vielleicht davon ausgehen, weil diese neue Wagenknecht-Partei, wir hatten hier vor drei Monaten hatten wir hier Alexander King, der da auch mitmacht sozusagen und der hat also klipp und klar gesagt, Grundeinkommen kommt bei Ihnen nicht in die Tüte und das wissen wir ja auch von Sarah Wagenknecht, dass sie keine Grundeinkommensverfechterin ist und dass sie sich da eigentlich auch in früheren Zeiten immer klipp und klar gegengestellt hat und da kann man ja sagen, vielleicht wäre die einzige Chance der alten Partei Die Linke, wenn sie sich irgendwie wieder oder wenn sie sich nicht wieder, sondern wenn sie sich vielleicht auf ihre doch recht starke Arbeitsgemeinschaft besinnen und das in ihr Programm stellen, vielleicht können sie dann doch noch irgendwie ein paar Stimmen abgreifen, aber das werden wir alles sehen, das ist jetzt natürlich alles Rumorakel, aber gut. Ich komme mal, wenn wir es mit der Musik, haben wir eine Musik oder noch? Okay und wir kommen nach der Musik, kommen wir mal zu einem sehr aktuellen Thema in Bezug auf Grundeinkommen, aber erst mal gucken, ob wir eine Musik kriegen. So, wir kommen jetzt, wir sind schon wieder fast am Ende, ich hatte es ja schon angekündigt, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde, wir kommen jetzt noch mal zu einem sehr aktuellen Thema, das würde ich noch mal gern an Daniel geben, wie gesagt, wir sprechen heute über Europapolitik, falls sich jemand erst jetzt dazu schaltet und wir sind jetzt beim Grundeinkommen angekommen, es wird im Moment geunkt oder orakelt oder wie man das immer nennen möchte, dass wenn wir ein Grundeinkommen bekommen oder das wäre sogar schon in der Pipeline und zwar wäre das ein Grundeinkommen über digitales Zentralbankgeld und das wäre also, damit wäre also jeder Bürger, der das bekommt und das sollen dann alle bekommen, wäre absolut gläsern und kontrollierbar, weil bei Verhalten, was dann der Regierung nicht passen würde, könnte man sofort dieses Geld, was man ja als digitales Geld aufs Handy bekommt, könnte man das also innerhalb einer Minute abstellen und deshalb habe ich schon bei Grundeinkommensbefürwortern und drinnen jetzt schon in letzter Zeit öfter gehört, dass sie im Moment eben doch skeptisch sind, was das Grundeinkommen angeht, weil sie eben dieses digitale Zentralbankgeld nicht haben wollen. Was sagst du zu dem Thema? Also ganz, ganz ehrlich halte ich dieses Argument für eine Nebelkerze. Es werden wieder Sachen vermischt, die eigentlich nicht viel miteinander zu tun haben. Dann entmisch das mal bitte für uns. Also erstens die digitale Währung, das digitale Euro kommt so oder so, daran arbeitet die ECDB schon seit Jahren. Es ist auch gar nicht mal so eine, also ja, klar kann man auch sagen hier, das ist jetzt so ein Herrschaftsinstrument, aber andererseits, ja, Geld war immer schon ein Herrschaftsinstrument, also staatliches Geld und vieles ist ja jetzt schon unglaublich digitalisiert von unserer Bezahlung. Ich bin auch nicht der richtige Mensch, um Bargeld zu verteidigen, gerade als jemand, der halt länger nicht in Deutschland gelebt hat, habe ich eine sehr positive Beziehung dazu, überall digital bezahlen zu können. Aber du bist halt extrem kontrollierbar dadurch, was sagst du dazu? Also ich wurde, ich persönlich habe da jetzt zum Beispiel noch nichts Negatives erfahren dürfen. Ich finde auch, es gibt ganz starke Argumente für mehr digitales Bezahlen, was zum Beispiel auch die Unterbindung von Steuervermeidung angeht, also ich glaube in Deutschland und da finde ich auch zum Beispiel, wenn ich aus einer linken Perspektive immer wieder fordere, die Reichen sollen zur Kasse gebeten werden, die sollen ihre Steuern bezahlen, also eines der großen Probleme waren wir in Deutschland und auch in Europa, nicht genug Geld zum Beispiel für Sozialleistungen für den Sozialstaat haben, ist Steuervermeidung, Steuerflucht und Bargeld macht das halt auch einfacher. also es ist aus meiner Sicht eine komplexe Debatte, wie gesagt, auf europäisch, also das digitale Euro kommt so oder so mit oder ohne Grundeinkommen, das ist genau so, wie erinnert mich an die Argumentation auch, also linke Vorbehalte gegen Grundeinkommen angesprochen, dass eben dadurch Niedriglöhne ermöglicht werden, hallo Niedriglöhne haben wir in diesem Land seit Hartz IV und ohne Grundeinkommen, also es ist, das sind für uns, das sind für uns einig, ja, das könnte man, also das könnten, also mit dem gleichen Argument könnte man, ja, gegen sämtliche Sozialleistungen sein, zu sagen. Das wollte ich sagen, denn ich meine, man kann ja sagen, Leute, die zum Beispiel Hartz IV oder jetzt Bürgergeld kriegen, die sind ja sowieso kontrolliert, ob die das jetzt als digitales Zentralbank oder ausgezahlt, nur, was mich auch skeptisch macht, du kannst also, gut, du kannst also Leuten heutzutage schon, Leuten, die Bürgergeld kriegen, kannst du bei Nichtwohlverhalten, kannst du das Geld abstellen, da brauchst du auch gar kein digitales Zentralbankgeld für, die kriegen einfach, genau, das wird gemacht, die kriegen einfach kein Geld mehr, wenn sie sich nicht so verhalten, wie gewünscht. Das geht aber heutzutage eben nicht über politisches, ich sage jetzt mal Fehlverhalten, sondern eben nur in Anführungsstrichen, wenn du eine Arbeit nicht annimmst oder dich nicht auf dem Amt meldest. Wir sind uns einig, dass das natürlich auch kein guter Grund ist, jemandem das Geld vorzuenthalten, da sind wir uns einig, nur diese Leute und das finde ich auch kein Argument, was so von der Hand zu weisen ist. Die Leute, die sagen, dass das digitale Zentralbank gefährlich ist, sagen ja auch, man könnte es ja im Grunde auch bei, man könnte es ja eben auch abstellen, wenn die Leute sich politisch nicht wohl verhalten oder wenn sie sich, wie in China, da hat man diese Social Credit Points oder wenn sie sich irgendwie in dem Bereich nicht wohl verhalten und darum geht es ja. Also wie gesagt, weil das zu Leuten das Geld streichen kannst, wenn sie keine Arbeit annehmen, das haben wir jetzt schon. Es geht wirklich um, und das kannst du im Moment noch nicht, also du kannst im Moment jemanden, der Bürgergeld bezieht und sagt, ich wähle die AfD, dem kannst du das Geld nicht abstrehen. Das ist kein Grund. Aber wenn wir dieses digitale Zentralbankgeld haben, dann ist es möglicherweise so, dass dann eben auch geregelt wird, dass man den Leuten bei einer bestimmten politischen Wahl das Geld abdrehen kann. Ich sage, ich überspitze das jetzt einfach mal so. Und das ist eben etwas, was viele befürchten. Und da sage ich, das ist natürlich eine Gefahr, die ich auch sehe, ganz klar. Naja, du sprichst etwas an, was durchaus passiert, vielleicht nicht in Deutschland, aber ich kenne das. In China passiert es ja schon. Also das Interessante in China ist, dieses Social Credit ist etwas, was die Kommunistische Partei dort gerne haben möchte, aber nach Jahren der Versuche immer noch nicht schafft, umzusetzen. Die kämpfen da auch mit, zum Beispiel, dass sie die Daten dafür gar nicht von den verschiedenen Behörden bekommen. Und wenn das selbst in so einem zentralistischen Land wie China ein Problem darstellt, In China gibt es Datenschutz? diese Kontrolle auszuüben, dann denke ich nicht, dass das so in der zentralen politischen Organisation wie die EU möglich wäre. Ich glaube, wir haben auch in Europa viel größere Absicherungen, was eben Rechtsstaatlichkeit angeht, aber wir wissen auch, das ist nicht in jedem Land so der Fall. Und ich weiß zum Beispiel aus Ungarn, da ist die Sozialhilfe wird von den Kommunen ausgezahlt. Sprich, da ist es sehr einfach zu sagen, ich als Dorfbürgermeister weiß hier, der Klaus hat postet immer oppositionelle Geschichten auf Facebook, dem sage ich so, nee, du hältst deinen Hof nicht sauber, deswegen kürze ich dir die Sozialhilfe und das läuft so. Das läuft schon so. Ja, ja, und ohne Grundeinkommen, also das ist durchaus heute schon möglich und wird gemacht, dass Menschen eben, ja, und ich denke, bei einer Sozialleistung wie eben Bürgergeld oder ähnlichen Leistungen, wo es eben Bedarfsprüfung stattfindet, es ist viel einfacher, irgendwelche Gründe zu finden, warum jemand das nicht bekommen soll, als bei einem Grundeinkommen, dass das eben jedem zusteht. Ja gut, aber man könnte ja, ich will da nochmal gehen. Also für mich wäre das Grundeinkommen gerade eine Sicherheit gegen diesen Willkür und nicht etwas, was das erleichtern würde. Ja, also ich würde jetzt mal, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich übertreibe jetzt mal oder mal jetzt mal den Teufel an die Wand. Es gibt ja Staatsformen, da musst du irgendwie nicht begründen. Da kannst du das Geld einfach abstellen und du sagst ja selber aus Ungarn, wenn jemand seinen Garten nicht fegt, dann kriegt er kein Geld. Also das sind ja so Fälle und die wollen wir ja nicht haben und das könnte man ja, das könnte ja auch Europa oder weltweit so kommen. Also ich denke mir, wir dürften uns ja nicht, wir dürfen uns ja nicht darauf verlassen, dass die Demokratie ein gegebenes Gut ist. Die müssen wir ja verteidigen, da sind wir uns ja einig und da müssen wir dran arbeiten und wir können aber auch wieder in Zeiten fallen, wo eben die Demokratie, wo drauf gefiffen wird, wo man überhaupt keine Begründung mehr braucht, jemandem das Geld abzustellen, der hat sich politisch nicht einwandfrei verhalten, also kriegt er kein Geld mehr und ich kann das eben mit diesem digitalen Grund, und ich kann dem das Geld mit einem Klick abstellen. Natürlich ist das in der Dorfgemeinschaft auch möglich, dass du ihm an der Kasse nichts mehr auszahlst, ist mir völlig klar, aber also ich bin da wirklich, also ich sehe diese Kritik, die das im Moment so unken, sehe ich nicht so, für mich ist das nicht so aus der Welt, muss ich dir sagen. Also ich denke mir, du bist digital immer noch kontrollierbarer, besonders wenn dann zum Beispiel auch geguckt wird, wofür gibt der denn sein Geld aus? Weil wir jetzt gerade hier von Fleischsteuer gesprochen haben oder so, wenn jemand dann sagt, ich will jeden Tag ein Steak essen und gebe jeden Tag mein Geld dafür aus, dass dann einfach gesagt wird, nein, dafür wird kein Geld ausgegeben, du kannst jetzt, ab sofort gibt es kein Fleisch mehr, ab heute, für den Rest des Monats, gibst du dein Geld nur noch für, ich weiß nicht, Kartoffeln oder was aus, also solche Sachen fürchte ich. Aber ist das nicht das quasi, was unser Jobcenter auch heute schon machen? Die können aber nicht kontrollieren, die können sehr viel kontrollieren. Also wenn du, das Problem ist, wenn du das Geld bar hast, dann kannst du, da hast du immer noch eine gewisse Autonomie, du kannst dir ja, das Jobcenter weiß ja nicht, was du von deinem Geld kaufst. Wenn du das aber als digitales Geld hast, du bist sozusagen kontrollierbar, wofür du dein Geld ausgibst und es könnte sein, dass das ja auch so gewollt ist, Also für mich ist die Absicherung dagegen nicht zu sagen, nee, wir wollen kein digitales, wie gesagt, wir bezahlen auch heute schon massiv viel digital, also es ist schon theoretisch, technisch sehr viel möglich. Es ist, also ich glaube, was wir brauchen, ist zu sicherzustellen, eben zum Beispiel durch Verordnungen, durch Regelungen auf europäischer Ebene, dass die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger geschützt ist, auch gegen den Staat, auch gegen eben staatliche Stellen. Da sehen wir zum Beispiel aktuell an der KI-Richtlinie, dass das durchaus möglich ist, dass da die EU durchaus eine wichtige Rolle spielen kann. Wir müssen sicherstellen, dass eben wir den Rechtsstaat in Europa verteidigen, wo eben du und ich halt auch dann juristisch vorgehen können, wenn wir eben den Eindruck haben, der Staat greift halt eben in unsere persönliche Freiheit ein. Ich denke, das sind so die Instrumente politisch, die halt auch zukunftssicher sind. Jetzt irgendwie einfach bockig zu sagen, ja, ich will kein digitales Geld und das wird halt nicht helfen. Das ist eine Entwicklung, die kann man nicht mehr aushalten. Also du hast da keine Angst vor totaler Kontrolle? Naja, es ist immer möglich. Also wie gesagt, wenn wir jetzt in den nächsten Wahlen eine AfD-Regierung bekommen, habe ich schon Angst vor, klar, was die dann alles mit Menschen machen können. Wie gesagt, ich sehe das in Ungarn, was alles möglich ist, wenn eben es keine Rechtsstaatlichkeit gibt, wenn die Regierung eben keine unkontrolliert schalten und walten kann und eben auch dann politische Gefügigkeit einfordern kann. Und deswegen bin ich sehr stark dafür, dass wir eben starken Datenschutz haben, starken Schutz der Persönlichkeitsrechte und wie gesagt, aus meiner Sicht ist ein Grundeinkommen gerade eine bessere Möglichkeit, sicherzustellen, dass der Staat dir das nicht entziehen kann, als eben staatliche Leistungen, die an unterschiedliche Bedingungen geknüpft sind. Weil da gibt es es, das kennen wir ja auch aus der derzeitigen Praxis bei den Jobcentern, ungefähr, lass mich nicht lügen, 80, 90 Prozent der Entscheidungen, die vor Gericht angefochten werden, werden danach auch von den Gerichten annulliert. Und selbst in Deutschland, wo ich jetzt eben heute noch niemandem das unterstellen, also keiner Behörde das unterstellen würde, dass die absichtlich irgendwie Einzelpersonen maßregeln wollen, das ist mehr ein systematisches Problem, aber ich denke, da ist Grundeinkommen doch eher eine zusätzliche Sicherheit, dass das eben nicht passiert. Also wie gesagt, du befürchtest diese Kontrolle nicht, dass auch noch nicht mal so, dass man es den Leuten entzieht, sondern eben auch, dass man kontrolliert, was die Leute denn einkaufen und dass wenn jemand sich eben nicht konform verhält und Dinge einkauft, die er nicht mehr einkaufen soll, aus welchen Gründen auch immer, dass man da irgendwie die Gelder dafür sperren kann, das befürchtest du nicht? Also ich habe ja nicht gesagt, dass es theoretisch nicht möglich sei, ich habe nur gesagt, der Weg sicherzustellen, dass das nicht passiert, ist aus meiner Sicht nicht zu sagen, so nee, wir gehen jetzt komplett zum Bargeld zurück, ich glaube, das würde unser Wirtschaftssystem heute nicht mehr verkraften und ja, ich glaube, wir müssen halt einfach vorwärts schauen, gucken, okay, was ist die Entwicklung, die passiert und was sind die politischen Instrumente, mit denen wir eben gegen Missbrauch, ob das jetzt ja, von staatlicher Seite ist, von wo auch immer, absichern können. also, sorry, ich meine, wie viele Leute rennen mit diesen Payback-Karten zur Kasse und geben all diese Informationen freiwillig und eben nicht dem Staat, sondern irgendwelchen kapitalistischen Unternehmen von sich aus preis. immer so das Gefühl habe, das ist so eine Vorbereitungsphase, um zu gucken, wie kann man die Leute irgendwie nicht aushorchen, aber wie kann man die Leute dazu bewegen, sich ihre Daten preiszugeben für ein bisschen Prozente, ich habe mir das mal erklären lassen, weil mich das natürlich interessiert, ich habe das nun nicht genommen, diese, aber du wirst ja immer in, zum Beispiel bei dm oder wirst ja immer gefragt, ob du das nutzt und ich habe mir mal erklären lassen von der Kassiererin, was das denn bedeutet, also du bekommst dann nachher irgendwie ein paar Prozente Rabatt, aber dafür musst du auch wirklich, wollen die auch sehen, was du kaufst und so weiter und so fort und da wäre für mich der nächste Schritt, wenn die nicht mehr wollen, dass du bestimmte Dinge kaufst, dann können sie dir das Geld sperren, aber wie gesagt, da sind wir, glaube ich, unterschiedlich ängstlich, was das angeht, wir haben hier noch eine Frage. Also ich finde, man muss nicht unbedingt die AfD als Partei anführen, die jetzt zum Beispiel Demokratieabbau vorantreibt, wenn man sich mal die Parteien im Bundestag betrachtet, seit den letzten 20 Jahren aus der SPD ist zum Beispiel eine neoliberale Partei geworden, die Rolle der Sozialdemokraten haben die Linken übernommen, aus den Grünen ist aus meiner Sicht eine Kriegspartei geworden, früher hat man gesagt, keine Waffenlieferung in Kriegsgebiete und so weiter und so fort und deswegen bin ich der Meinung, man muss auch vor den jetzigen demokratischen Parteien, muss man sich sehr in Acht nehmen, weil das Denken, das hat sich innerhalb von den letzten 20 Jahren geändert und das kann sich in den nächsten 20 Jahren wieder ändern und davor habe ich Angst, deswegen bin ich absoluter Gegner vom digitalen Geld. Dann sind wir uns da einig. So, wir haben hier noch im Chat meinen Beitrag zu digitalem Geld und staatlichem Grundeinkommen. Es muss weiterhin möglich sein, dass das Übertrag Geld auch bar abgehoben werden kann, dann ist auch keine Kontrolle der Ausgaben möglich, Bargeld brauchen wir auf jeden Fall noch, um auch den dem Diktat, der, so jetzt ist es weg. Also es gibt ein sehr schönes Beispiel aktuell aus einem EU-Mitgliedsland, das so etwas wie ein Grundeinkommen eingeführt hat. Aufgaben möglich, Bargeld brauchen wir auf jeden Fall noch, um auf dem Diktat der Banken bei der Festsetzung der Kosten für Dienstleistungen zum Beispiel auch negative Zins zu entgehen. Im Zweifel hebe ich dann das Geld vom Konto ab. Ja, da bin ich seiner Meinung, nur eben, es geht ja darum, dass wenn das nicht mehr geht, das ist es ja. Also ich glaube, wir sind uns hier, ich akzeptiere natürlich auch deine Meinung, wir sind uns hier einig, dass wir natürlich digitales Geld schön und gut, aber dass wir natürlich nicht das Bargeld völlig abschaffen dürfen und darum geht es ja beim digitalen Geld, wenn ich das immer richtig verstehe. Also A gibt es auch jetzt EU-Länder wie Schweden, Estland, wo es kaum noch mit Bargeld bezahlt wird. Diese Länder sind mir jetzt nicht als totalitäre Diktaturen bekannt. Es gibt ein gutes Beispiel, das ich eben vorhin angefangen habe zu berichten. Es gibt so etwas wie ein quasi Grundeinkommen, das jetzt in Österreich als unter dem Label Klimageld eingeführt wurde. Es gibt ja, das ist auch, wenn wir jetzt zu unserem ursprünglichen Thema europäisches Grundeinkommen zurückkehren, vielleicht das Instrument, was ich am realistischsten umsetzbar sehe in den nächsten Jahren auf europäischer Ebene, dass wir eben eine CO2-Abgabe haben, die in Form einer Dividende an allen Menschen in Europa zurückgezahlt wird. Und das macht Österreich. Und Österreich macht das tatsächlich so. Also allen, die ein Konto angegeben haben, das sind die meisten Menschen, die kriegen das aufs Konto überwiesen. Aber es gibt durchaus Fälle, wo dann der Postbote mit dem Scheck oder wie auch immer dieses Geld an die Leute bringt. Also es ist durchaus auch möglich, weiterhin... Also das ist ja wieder ein anderes Thema. Das würde ich natürlich auch... Ich würde natürlich auch sagen, die Leute sollen sich selber entscheiden, wollen sie digitales Geld haben oder wollen sie Bar zahlen. Wenn das weiter möglich ist, dann kann man sagen, das muss jeder selber wissen, inwieweit er... Das ist ja auch bei diesen komischen... Wie nennt sich das? Diese... Da in der Drogerie und so, diese Payback-Dinger da. Das ist ja auch keine Pflicht. Da kann sich ja jeder selber überlegen. Aber es ist ja so, dass die Gefahr ist, wenn Bargeld abgeschafft wird, dass wir eben nur noch das digitale Geld haben. Darum geht es ja. Aber hier ist noch eine Frage. Ja, es wäre ja bei den Ausblicken ganz interessant, wie denn die Prognose ist, bis wann das denn realisiert sein soll. Das habe ich nicht bisher gelesen. So konkret, ob es da einen Masterplan gibt, bis wann das EU-weit so sein soll, das kein... Das wird ja nichts. In den nächsten fünf Jahren, das halte ich für ausgeschlossen. Das ist, glaube ich, auch vom Tisch. Ich weiß nicht, wo das so noch steht. Die Bundesbank. Ja, gut, die Bundesbank. Nee, aber erst mal, das war die erste ganz kurze Frage. Also mir ist auch keine Jahreszahl bekannt und aus meiner Erfahrung muss man auch genau alle möglichen solchen Ankündigungen mit höchster Vorsicht genießen. Also gerade wenn etwas, auch so etwas Delikates auf europäischer Ebene umgesetzt werden muss, das dauert meistens immer deutlich länger als ursprünglich gedacht. Ja, ich denke natürlich auch, dass das nicht zu verhindern ist. Möglicherweise wird es ein bisschen aufgehalten. Ich bin persönlich, aber das muss nun jeder für sich entscheiden, nicht dafür, weil ich glaube, dass die, wenn man, man sagt zum Beispiel, man möchte auch Clan-Kriminalität, Wirtschaftskriminalität damit einschränken. Das wird nicht passieren, weil die sind ja in der Technologie häufig dann auch schon immer Schritte weiter. Die wissen jetzt schon, was sie machen werden, wenn es kein Bargeld mehr gibt, wie sie dann ihr Geld waschen. Das wird teilweise auch schon geschehen. Da erreicht man gar nichts, wenn man das, diese Gründe, die zählen für mich nicht, benachteiligt wird. Vielleicht der kleine Flaschensammler, der jetzt seine paar Flaschen noch angeben muss, weil er sie ja gar nicht mehr bar umsetzen kann, sondern weil in sein Guthaben dann die, was weiß ich, 3,75 einfließen, wo er sagt, ja, man, er hat dann natürlich was Schlimmes getan, eine schlimme Widrigkeit, wo auch immer das eingeordnet wird, weil er hat sich vielleicht dann über den Rahmen von 100 Euro, den er vielleicht zusammensammeln darf, etwas mehr sich noch dann erwirtschaftet. Und dann trifft es wieder wirklich die Ärmsten, für die sowieso, wenn man überhaupt über diese ganzen Dinge redet, es wird irgendwann darum gehen, welche Größenordnung nimmt das an, alle Gelder, die jetzt an Sozialleistungen in Deutschland, beispielsweise, für andere Länder kann ich nicht sprechen, ausgezahlt werden, oder beantragt werden können, die im Rahmen von Bürgergeld und was, wie es auch immer hieß und noch heißt, in diese Versorgung, diese Grundversorgung, sind so zusammengekürzt, die müssten nicht bei 500 irgendwas liegen, sondern deutlich über 800 Euro und zwar schon seit über 10 Jahren. Da redet kaum einer, dass es schon mal damals ermittelt wurde und dann gesagt haben wir, ach nee, ach Kultur, nein, da braucht man nicht 50 Euro im Monat, nee, nee, da reichen 18 auch, das wäre Kino und noch ein paar Chips dazu, mehr, wer mehr will, muss sich das vom Mund absparen und das, ich, es ist beides, es spielt jetzt in beides hinein, das Bargeld und natürlich das Grundeinkommen, das sind alles noch Dinge, die sind weit nicht ausgegoren, ich finde, das Bargeld sollte bleiben, was ist mit denen, die sich ein paar Pfennchen dazu verdienen und da rede ich, ich ermutige hier zum Betrug oder sage, sowas gibt es, natürlich gibt es sowas, dass dann einer auch mal 500 Euro geschenkt kriegt von der Oma, bevor sie stirbt, ja und dann gibt das nicht an und naja, dann ist das los, dann wird das verrechnet, das hat die Oma für denjenigen das ganze Leben gespart, dass der mal was hat und dem wird es vielleicht dann von seinem Grundeinkommen wieder abgezogen, naja, dann ist leider die Benachteiligung wieder der schwachen, einkommensschwachen oder sozial schwachen Schichten und das ist eine Ungerechtigkeit und deswegen bin ich strikt dagegen. Dankeschön, so lange wollte ich gar nicht reden. Also da sind wir uns einig, ich bin auch gegen das digitale Geld und zwar gegen ausschließlich digitales Geld, also wenn wir das Bargeld dazu behalten, dann soll mir das egal sein, weil dann soll jeder entscheiden, was er vorzieht und ja, aber du nochmal gern dazu, also wir wollten, wir haben ja heute hier einen Gast und wir wollen... Ich glaube nicht, dass wir bis Ende der Sendung da jetzt alle Streitpunkte klären und zum Konsens finden. Aber es ist ja immer gut, wenn man verschiedener Meinung ist. Genau, ich finde es eine spannende Debatte, also man sollte sich, nochmal um zum Beispiel aufs digitale Euro zurückzukommen, überlegen, was die Alternativen sind, und eine Hauptmotivation eben zum Beispiel der EZB und der europäischen Regierung ist auch eben diese Bezahlmöglichkeit nicht privaten Anbietern, zum Beispiel Zuckerberg und Co. zu überlassen, dass sie dann halt eben digitale Währungen oder eben, ich will jetzt gar nicht die ganze Kryptowährung-Geschichten ansprechen, dann sitzen wir noch sehr lange hier, also die Überlegung ist eben auch ein staatliches, digitales Bezahlinstrument anzubieten, was eben nicht unter privaten Kontrolle steht. Und das ist für mich zum Beispiel wiederum ein sehr sympathischer Gedanke. Nochmal zum Grundeinkommen zurückzukommen. Aus meiner Sicht ist Digitalisierung, ob es jetzt Geld ist oder woanders stattfindet, eben kein Argument gegen das Grundeinkommen oder eben zu sagen, hier Grundeinkommen soll ausgezahlt und selbst wenn das eben aufs Konto überwiesen wird. Also du wärst damit einverstanden, selbst wenn es als digitales Zentralbankgeld ausgezahlt werden würde, habe ich das richtig verstanden? Es ist, glaube ich, viel zu weite Frage, um das jetzt so mit Ja oder Nein zu beantworten. Wir wissen noch nicht, was das digitale Geld... Naja, es ist schon etwas, was in naher Zukunft Realität sein kann. Wie gesagt, wir haben ja auch schon digitale Währungen, Privatwährungen sind das, wo auch Menschen damit mittlerweile bezahlen. Da gibt es ja auch viele Debatten um Vor- und Nachteile. Ich persönlich denke, ich sehe keinen Riesenunterschied dazwischen, ob mir jetzt zum Beispiel die Bundesregierung mein, ich weiß nicht, Klimageld dann, wenn es vielleicht mal kommt, aufs Konto überweist oder eben die EU es auf eine digitale, in der digitalen Währung auszahlt, ist für mich jetzt nicht so ein Wahnsinnsunterschied. Aber ja, ich habe natürlich jetzt auch die Argumente von euch gehört und ich denke, das ist noch eine Debatte, die uns begleiten wird. Wenn es denn so weit ist, dann setzen wir uns hier noch mal zusammen und wenn es denn da ist, dann können wir noch mal das... Ich glaube, da gibt es aber auch Leute, die sich viel besser auskennen als ich. Dann können wir noch mal das Vier und Wider abwägen. Gut, wir haben jetzt... Moment, wir haben noch neun Minuten. Vielleicht noch mal schnell, bevor wir die letzte Musik machen, für dich noch mal... Noch eine Frage? Ja, okay. Nee, dann mach die Frage noch. Oder wir können eine Minute überziehen. Also ich habe eine ganz andere Frage noch. Glaubst du oder hoffst du, dass es irgendwann mal die Vereinigten Staaten von Europa geben wird? Aber meine momentan, das ist ja ein bisschen schlecht, glaube ich, mit der Wahl, aber haben wir Hoffnung oder geht es im Bach runter? Also meine persönliche Hoffnung, dass es die Republik Europa, die föderale Republik Europa geben wird, die die Vereinigten Staaten von Europa ist eigentlich das, was wir heute schon haben. Vielleicht nicht in dem Sinne, wie es bei den Vereinigten Staaten von Amerika läuft. Soweit sind wir mit der Integration noch nicht. Aber ja, sind souveräne Staaten, die eben diese EU bilden. Mein Traumbild ist eigentlich, und zum Glück kann man auch, glaube ich, sagen, die Geschichte geht auch bis hin in die Richtung, dass wir zu einem politischen Gebilde kommen, was tatsächlich von den Menschen, von den Bürgerinnen und Bürgern getragen wird, in erster Linie und eben nicht von Regierungen. Bis dahin ist es, glaube ich, noch ein langer Weg. Zum Beispiel hätte ich auch gerne, wenn wir jetzt auf die Europawahl zurückkommen, sehr gerne gehabt, schon dieses Mal über transnationale Listen auch abstimmen zu können, also zu sagen, zumindest ein Teil der Sitze im Europäischen Parlament werden europaweit auf einheitlichen Listen gewählt, die auch eben dafür sorgen, dass da eben nicht nur die nationalen Interessen im Vordergrund stehen, sondern auch die Debatte darüber anführen können, was wir eben als Europäer, innen Europäer für eine Zukunft für diese Gemeinschaft haben wollen. Ja, also ich, das ist so ein bisschen mein Zukunftsbild, worauf ich hoffe. Okay. Dann jetzt noch mal für dich einfach noch mal so als Abschluss so Aussicht auf Europapolitik, einfach noch mal so ein bisschen Zukunftsaussicht. Also die ganz nahe Zukunft jetzt auch aus meiner Perspektive von, als Grundeinkommensaktivist und eben als Vorstandsmitglied von Unconditional Basic Income Europe. Wir versuchen natürlich das Thema Grundeinkommen auch ein bisschen in die Debatte bei der Europawahl zu bringen. Wir werden auch zusammen mit Partnerorganisationen versuchen möglichst viele Menschen dazu motivieren, dieses Thema auch den KandidatInnen für die Europawahl zu stellen. Also wie hältst du es mit Grundeinkommen und gar nicht mal so, ja bist du dafür oder dagegen, sondern mehr auch die Debatte. Also ich, das haben wir vom grünen Netzwerk Grundeinkommen bei der letzten Bundestagswahl mit den grünen Kandidierenden gemacht und wir haben die eben nicht gefragt, ja bist du für oder gegen Grundeinkommen, sondern wir haben die gefragt, ja was findest du an der Idee des Grundeinkommens eigentlich interessant. Und da kamen eben auch Antworten plötzlich von Menschen, die sich dieser Debatte vorher komplett verschossen haben. Also ich denke, wenn man auch diese Debatte bis hin öffnet und nicht so entlang ideologischer Gräben ausfechten will, sondern ja auch Diskussion zulässt, dann könnte das auch für die Europawahl ja eine interessante Debatte sein, zumindest da, wo wir die Kandidierenden dazu kriegen. Also das ist eine Sache, die wir jetzt auch als UBI, als Unconditional Basic Income Europe in den kommenden Monaten versuchen werden, in möglichst vielen Ländern anzustacheln. und eine andere, die auch so, wenn ich so als Realist in die Europapolitik schaue, ich habe eben das Klimageld erwähnt, das könnte so eine Forderung sein für die nächste Kommission, für das nächste Europaparlament, das mal auf europäischer Ebene und dann auch als Verbindung eben von sozialen Fragen mit ökologischen Fragen umzusetzen und was natürlich auch weiterhin interessant bleibt, weil die Menschen brauchen auch, glaube ich, konkrete Erfahrungen, was sie sehen. Also ich bin auch weiterhin großer Anhänger von Experimenten zum Grundeinkommen und finde da zum Beispiel könnten wir auch in die Richtung gehen, dass möglichst viele Kommunen, Regionen, europaweit eben auch mit EU-Geldern finanziert solche Experimente durchführen und dann auch, dass wir aus den Erfahrungen lernen können und eben mehr Menschen überzeugen und mitnehmen können als durch eine rein theoretische Debatte. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was jetzt so für die nächste nahe Zukunft möglich ist und wofür es sich einzusetzen lohnt. Gut, wunderbar. Vielen Dank, Daniel, dass du da warst und Leute, wir sehen uns wieder im März am zweiten Sonntag und bis dahin gehabt euch wohl. Und darum trete ich dein Radio ein Und darum hack ich dein Radio klein Und darum schmeiß ich dein Radio in die Wand und darum